Ich hoffe, dass ich das nicht so erkannt habe als ein großes Problem. Vielleicht sind das halt die letzten Jahre, wo wir halt leben, sehr wenig Kontakt und Beziehung hatten. Im Prinzip brennt das schon 15 Jahre so. Ich habe euch gesagt, es gibt kein genaues Ziel. Ich will jetzt raus. Ich will jetzt raus. Ich weiß nicht, dass ich rauskriege, 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 rauskriege. Ich will jetzt raus.